Was spielst du gerade? Das Format, in dem wir darüber reden, was wir gerade alles so zocken. Dieses Mal mit einer kleinen Änderung, denn wir waren bei der Playstation 4 Launch Night im Sony Center und da haben wir diese Frage auch den Leuten gestellt, die in der Schlange gestanden haben, um sich eine Playstation 4 zu kaufen. Also viel Spaß damit. Ich spiele zurzeit Call of Duty Ghost, weil meine Freunde das Spiel spielen. Ja, eigentlich nur deswegen. Ich finde, zwar sind die Karten zu groß und auch die Killstreaks sind schlecht, aber ich finde es besser, dass man schneller down geht, dass die Gegner schneller sterben und es bockt einfach mehr. Bei mir momentan Battlefield 4, allein aus dem Grund, weil mich das selber interessiert, mit welchen Mitteln sie es momentan umgesetzt haben, weil es da mehr, man merkt dann, Call of Duty ist immer nur entweder Blockbuster oder halt kurz und schnell durch. Battlefield, finde ich, hat da ein bisschen mehr Gefühl mit reingebracht und deswegen interessiert es mich das auch am meisten. Ich spiele gerade Devil May Cry. Das ist echt super. Da gibt es viel zum Freischalten, also viel Artwork. Das mag ich, dass es sehr künstlerisch angehaucht ist. Sehr viele Waffen auch, die man ausprobieren kann. Das wird halt einfach nicht langweilig und die Story gefällt mir auch sehr. Ja, ich spiele gerade Battlefield 4. Ja, ich finde es gut, es macht Spaß. Weil es die anderen auch spielen. Ja, ich spiele zurzeit GTA 5 und ich finde das super von der Grafik her und einfach auch diese Vielseitigkeit, dass man machen kann, was man möchte und dass es quasi unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Und ja, dass es ein endloses Spiel einfach ist und diese riesige Welt, das macht Spaß. Ich spiele gerade Batman Origin. Ja, ist gut, macht Laune. Ein bisschen lärmer als das andere davor, aber es passt schon. Also die Story stimmt auf jeden Fall, aber wie gesagt, ist eben wenig Neues dazugekommen. Ich spiele gerade Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Und das spiele ich, weil ich auch schon vorher die Kingdom Hearts Reihe super fand und ich mir das auch auf HD dann gleich wiederholen musste. Und ich die anderen Teile für den DS, die da auch mit drin sind, vorher noch nicht kannte. Und ja, das ist super, weil es meine Lieblingsspielreihe ist. Ich spiele Skyrim gerade. Ich hatte es die ganze Zeit rumliegen und jetzt habe ich es erstmal wieder angefangen, weil ich brauchte etwas, was mich bis zur Next Gen bringt. Und jetzt werde ich erstmal FIFA 14 auf der Next Gen spielen und dann zu Weihnachten Assassin's Creed 4. Also Call of Duty Ghosts und es macht Spaß, einfach die Dreckscamper zu verkloppen. Ich spiele gerade Skylinders, weil es ein super Spiel ist, weil es viele Figuren, die man halt neu machen kann. Ich bin momentan immer noch in Beyond Two Souls hängen geblieben. Ich habe einfach keine Zeit. Ansonsten GTA 5, klar, super cooles Spiel. Es ruckelt nur arschkrass auf der Playstation 3. Es ist nicht so cool, aber das Spiel ist trotzdem gut. Ich spiele gerade The Last of Us was. Ich mag die Grafik, es ist einfach das Beste, was es überhaupt auf der PS3 bis jetzt gibt. Deswegen habe ich es gezockt. Und jetzt kaufe ich mir Killzone Shadow Fall. Das war es soweit von uns. Ihr könnt wie immer was gewinnen, nämlich FIFA 14, wenn ihr auf der Seite kommentiert und uns erzählt, was ihr gerade zockt, denn darum geht es ja hier immerhin. Ansonsten kann ich euch empfehlen, das Trivia von gestern noch anzugucken oder aber ihr schaut euch das Gameplay zu Super Mario World an. Das war nämlich sehr lustig. Da lache ich jetzt noch, wenn ich dran denke, denn da haben wir alles schön abgefehlt. Also eigentlich nur ich. Auch eine Empfehlung.